Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um Acht, die kritische, die alternative Sendung zur Tagesschau. Warum machen wir das? Die Tagesschau ist die wichtigste Nachrichtensendung des Landes und sie ist voller Fehler, obwohl sie als seriös gilt. Wir weisen ständig auf solche Fehler hin und werden dann künftig diese Meldungen, Berichte, die wir für falsch halten oder für mangelhaft. Vor diesen Berichten werden wir warnen. Und wir werden diese Berichte auszeichnen mit einem Warn-Dreieck. Mit einem Warn-Dreieck. Ein Warn-Dreieck, das vor einer Gefahrenstelle warnt. Vor einer falschen Nachricht, vor einer falschen Meldung. Weil solche manipulativen Nachrichten sind eine Gefahr fürs Gehirn. Deshalb brauchen wir dort ein Warn-Dreieck. Und wir würden gerne, dass Sie uns künftig solche Meldungen und Nachrichten senden, an diese Mail-Adresse, die wir einblenden, dass Sie über diese Mail-Adresse uns erzählen, uns warnen vor bestimmten Meldungen und Nachrichten, die wir dann mit dem Warn-Dreieck des Monats, der Woche, des Halbjahres auszeichnen werden. Wir setzen auf Ihre Mitarbeit für das Warn-Dreieck, das Sie einer Tagesschau-Meldung oder einer Nachricht oder einem Redakteur, auch meinerseits, verleihen werden. Wir bleiben dran. Wir setzen auf Ihre Mitarbeit. Und wir freuen uns auch wirklich darauf. Erstmal vorab schon mal meinen schönen Dank. Wir gehen zur ersten Meldung, die da heißt Untersuchungsausschuss der General und der Berater. Diese Nachricht scheint relativ sauber und ordentlich zu sein. Und dann kommt man gegen Ende der Nachricht darauf, dass es die ehemalige Staatssekretärin Suda, also Katrin Suda, dass die demnächst als Zeugin vor einen Untersuchungsausschuss geladen werden soll. Sehen Sie, was die Tagesschau in dieser an sich relativ sauren Meldung nicht sagt, wo sie uns nicht warnt, das ist, dass Frau Suda in der Zeit, als sie Rüstungsstaatssekretärin bei Frau von der Leyen war, gleichzeitig für die Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet hat. McKinsey, das ist einer dieser brutale Rationalisierer, total vernetzt mit allen möglichen privaten Firmen. Und dort saß Frau Suda, die Rüstungsstaatssekretärin bei von der Leyen war, die Beamtin, saß dort und hatte einen Zweitjob. Sehen Sie, das riecht nach Korruption. Aber das mag uns die Tagesschau nicht erzählen, wie sie auch das nicht liefert, nämlich, dass das Wehrressort seit 2014 rund 660 Millionen Euro für Berater ausgegeben hat. Aber dann sagen Sie doch mal, was macht so ein Beamter eigentlich dort, der da sitzt? Wozu braucht der noch einen Berater? Der wird doch von uns schon bezahlt, dafür seinen Job zu tun. Nein, nein, nein. Man braucht den Bekinsees, man braucht andere Beraterfirmen, damit, weiß ich nicht, was die Beamten machen in der Zeit, damit sozusagen der Laden läuft. Und der Laden läuft, auch das wissen wir, zunehmend sicherer und gradliniger hin zur Rüstungsindustrie. Deshalb verdient diese Nachricht ein, nun, wie heißt das nochmal? Es heißt ein Warndreieck. Künftig, wenn Sie solche und ähnliche Meldungen finden, mailen Sie uns, sagen Sie uns Bescheid, damit wir auch in diesem Fall wieder einen Warndreieck der Woche, des Monats, des Halbjahres verleihen können. Kommen wir zu einer nächsten Meldung. Da sagt uns die Tagesschau, Europas Spitzenpersonal, Gewinner und Verlierer im EU-Posten-Poker. Wir sehen erstens, da geht es um richtig satte, teure, gute Jobs, EU-Kommission, EZB, alles Mögliche. Und angeblich werden die per Poker vergeben. Die Wahrheit ist, es ist eine Hinterzimmer-Postenvergabe. Und das mag uns die Tagesschau nicht erzählen. Sie hat auch diesen angeblichen Wahlkampf, der sozusagen dem Posten-Poker vorausging, hat sie uns nicht gewarnt, als sie erzählte, Manfred Weber ist so ein Top-Kandidat, den könnte man doch für einen Job bei der Europäischen Union vorsehen. Sie hat uns sogar einen Wahlkampf vorgegaukelt. Aber darüber will die Tagesschau nicht nachdenken. Sie will uns erzählen, es gäbe jetzt ein Posten-Poker, es gäbe sozusagen ein Spiel, ein Ringelpiz mit Anfassen. Wir sagen mal, was wir brauchen, sind keine Ringelpize. Wir brauchen Analysen. Deshalb muss auch diese Nachricht wieder versehen werden mit einem eindeutigen Warn-Dreieck. Eine gefährliche Sendung für das Denkvermögen. Eine manipulative Nachricht, weil sie keine Zusammenhänge und keine Hintergründe aufzeigt. Gehen wir zur nächsten Meldung. Auch die hängt wieder mit der EU-Wahl zusammen, mit den Jobs, die dort zu vergeben sind. Da heißt die Überschrift, Besetzung der Spitzenposten, wie die EU-Personalien zusammenhängen. Sie meinen, auch in dieser Meldung macht sich die Tagesschau einen schlanken Fuß. Sie erzählt nicht, dass das eine abgekaterte Sache ist, mit der wir es zu tun haben. Gerade schon in Stottern bei so einer Meldung. Sie erzählt weiterhin, ja, da hängen die Personalien irgendwie zusammen. Aber sie sagt nicht, dass sie selbst von Beginn an bei diesem Fake von einem Wahlkampf dabei war. Und dass sie auch damals jedenfalls nicht erzählt hat, dass es die Einigung der Staats- und Regierungschefs der EU verlangt, um einen Posten zu besetzen. Sie hat so getan, als ob wir einen Wahlkampf hätten, einen redlichen, ordentlichen Wahlkampf, bei dem die Spitzenkandidaten tatsächlich eine Chance gehabt hätten. Hatten sie zu keiner Zeit. Immer muss der Europäische Rat, das Gremium der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zustimmen oder vorschlagen, bevor das Parlament überhaupt ernsthaft irgendwas sagen darf. Das aber verschweigt die Tagesschau. Und auch deshalb müssen wir dieser, wie sollen wir sie nennen, Fake ist vielleicht zu viel, dieser Manipulationsmeldung, dieser Verschleierungsmeldung, das Warnkreuz verleihen. Ein Wahndreieck, meine ich natürlich, das Wahndreieck verleihen. Ein Wahndreieck, das davor warnt, dass ihr Gehirn verletzt werden könne, wenn sie den Quatsch glauben, die die Tagesschau verzapft. Die nächste Meldung der Tagesschau liegt auf einer ähnlichen Ebene. Da gibt es einen Kandidatenpoker in Brüssel, die Krokodilstränen der EU-Abgeordneten. Und wieder wird gerätselt, ja, wer hat denn da gewonnen, wer hat verloren? Und tatsächlich kritisiert die Tagesschau, diesmal die Abgeordneten der EU, die hätten eine Illusion aufgebaut oder zugelassen, dass es eine echte Wahl gegeben hätte. Dass sie selbst, die Tagesschau, also da mitgemacht hat, dass sie uns erzählt hat, dass es einen Wahlkampf gab, dass sie die beiden angeblichen Wahlkampfgegner, Herrn Weber und Herrn Timmermans, dass sie die uns als echte Wahlkandidaten präsentiert hat, das bringt die Tagesschau bis heute nicht über die Lippen. Also auch diese Meldung verdient unbedingt. Ein Warndreieck, eine Warnung vor einer manipulativen Nachricht, vor einer Nachricht, die unserem Gehirn erheblich scheiden könnte. Gehen wir fort und sagen, dass die ARD tatsächlich eine Wahlarena zur Europawahl veranstaltet hat. 90 Minuten lang, auch daran erinnert die Tagesschau nicht, 90 Minuten lang gab es das Fake von einer echten Wahlshow, als ob echte Kandidaten ernsthaft um einen Job gekämpft hätten. Und die Wahrheit ist doch, sie standen nie zur Wahl. Da ist viel Geld ausgegeben worden. Da durften Zuschauer ihre Meinung sagen über die Kandidaten. Das war damals Herr Weber und Herr Timmermans von der SPD oder der Sozialdemokratischen Partei in Europa. Es wurde uns vorgegaukelt, dass eine wirklich ernsthafte, wie heißt es, Wahlarena stattfände. Und die Wahrheit ist, sie fand nicht statt. Auch diese Nachricht, die hier verschwiegen wird, hätte dringend das Wahldreieck des Monats der Woche verdient. Ich will daran erinnern, wenn Sie sowas finden, was eindeutig so ein Wahndreieck verdient, senden Sie uns eine Mail, wir zeichnen die jeweilige Sendung, den jeweiligen Redakteur mit eben diesem Wahndreieck aus. Kommen wir zur letzten Meldung. Und die ist wirklich besonders appetitlich. Da ist die Überschrift. Christine Lagarde, Krisenmanagerin mit Scham. Die Autorin dieser Meldung, Sylvia Stöber, sagt über Frau Lagarde, eine Frau mit Stil, elegant, gekleidet, charmant, verlässlich und respektiert. Als ob wir immer noch im Wahlkampf wären, als ob sie einen Wahlkampfspot machen würde. Aber auch Frau Lagarde, die vorgesehen ist, vorgeschlagen von den EU-Chefs sozusagen in Hinterzimmern, die vorgesehen ist für den Job der Europäischen Zentralbank, für diesen Spitzenjob dort, der gut verdient, der gut bezahlt wird, steht nicht zur Wahl. Aber Frau Stöber verkauft uns diese Frau nochmal, als eben stilvoll. Christine, Madeleine, Odette, Christine, Madeleine, Odette, Lagarde, eine Frau aus der französischen Bourgeoisie, gut vernetzt, gut verdienend, die mit uns Normalbürger nichts zu tun hat. Aber Frau Stöber kann es nicht lassen, die Tagesschau kann es nicht lassen, noch einmal was unglaublich stilvoll Nettes wie in einem Wahlkampfspot über die Frau zu sagen, obwohl sie eben nicht zur Wahl steht. Was sich Tagesschau auch verschweigt. Frau Lagarde, die auch mal Chefin des Internationalen Währungsfonds war, kommt nicht nur aus der Bourgeoisie, der französischen, aus einer Schicht, die weit, weit, weit von uns normalen Menschen weg ist, sondern sie war gemeinsam, gemeinsam mit Zbigniew Brzezinski in einem Aktionskomitee USA, EU, Polen und führte dort eine Arbeitsgruppe Rüstungsindustrie USA, Polen an. Sie machen eine an. Also ähnlich wie Frau von der Leyen, eine Dame des militärisch-industriellen Komplex. Das erzählt die Tagesschau nicht, das verschweigt sie. Sie will uns einfach nicht die Wahrheit sagen. Stattdessen macht sie blauen Dunst, erzählt sie Wahlkampfschauen. Krisenmanagerer mitschauen. Sehen Sie, auch diese Nachricht, diese Meldung hätte unbedingt. das Warndreieck des Monats, der Woche, des Halbjahres verdient. Und wir setzen darauf, dass Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, künftig uns jene Meldungen per Mail schicken, wo Sie sagen, vor denen muss gewarnt werden, weil diese Meldung ist manipulativ. Sie ist schlecht für unsere Gesellschaft. Sie ist schädlich für das Denken. Wir setzen auf Ihre Mitarbeit. Wir freuen uns darüber, dass wir mit Ihnen gemeinsam an diesen Warndreiecken Warndreiecken für die Tagesschau arbeiten werden, weil wir, die Macht um acht, die Alternative zur Tagesschau sind. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Die Macht um acht. Die Macht. Die Macht umma ab. Die Macht. Ja, die Macht um noch. Vielen Dank.